Ich spiele seit 15 Jahren Cello und heute möchte ich meine drei wertvollsten Tipps mit dir teilen. Es war und ist eine unglaubliche Reise, die mich sowohl musikalisch als auch persönlich geformt hat. Vielleicht helfen dir meine Tipps auf deinem eigenen Weg mit diesem wunderschönen Instrument. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Cello Werkstatt. Ich bin Susanna Magieroschi und ich helfe Erwachsenen, das Cello mit Struktur, einem soliden Übeplan und in einer Community mit Gleichgesinnten zu erlernen. Nach dem Abitur habe ich zunächst Geige und dann Bratsche studiert und dann mehrere Jahre im Sinfonieorchester gearbeitet. Aber insgeheim habe ich immer mit dem Cello geliebäugelt. Der Klang und die Tiefe des Instruments haben mich jedes Mal fasziniert. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mir eingestanden habe, dass mich das Cello wirklich in den Bann gezogen hat. Natürlich hat es ein paar Jahre dann gedauert, bis ich das Cello richtig spielen und unterrichten konnte. Und deshalb verstehe ich wirklich die Herausforderungen auf dem Cello als Erwachsener. Letztes Jahr kam dann der Moment, wo ich dann endgültig die Entscheidung getroffen habe, ein klarer Cut. Jetzt gehört meine volle Aufmerksamkeit nur dem Cello. Ja, ich spiele jetzt seit 15 Jahren das Cello und was ich gelernt habe, ist, dass man das Instrument nie wirklich vollständig meistert. Es ist eine lebenslange Reise und jedes Mal, wenn ich mein Cello in die Hand nehme, spüre ich, wie es mich herausfordert, meine Technik zu feinern und neue Klänge zu entdecken und tiefer in die Musik einzutauchen. Es braucht Hingabe, Disziplin, Biss und vor allem Geduld. Aber genau darin liegt die Schönheit und wenn du dich mit voller Leidenschaft hingibst und damit meine ich wirklich dein Herz und deine Seele investierst, dann wird dich das Cello belohnen. Es ist eine Mischung aus Liebe, Ausdauer und der Fähigkeit, nach Rückschlägen auch wieder aufzustehen. Du wirst auf deinem Weg Misserfolge erleben, aber genau diese Momente formen dich und machen dich stärker. Das Cello ist ein treuer Begleiter in deinem Leben, das dich immer wieder herausfordert, inspiriert und auch tröstet. Je mehr du gibst, desto mehr gibt dir das Cello zurück und das ist es, was es so wertvoll macht. Wenn ich zurückblicke, war eines der besten Dinge, die ich gemacht habe, mir Zeit zu nehmen, um das richtige Instrument zu finden. Das Cello ist eine Investition und es lohnt sich, von Anfang an auf Qualität zu achten. Ich empfehle daher, ein Cello zunächst zu mieten, bevor du dich festlegst. Sammle Erfahrungen, spüre, wie es zu dir passt und wenn die Zeit reif ist, wirst du dein Cello finden oder das Cello findet dich. Genauso wichtig ist es, einen guten Lehrer zu haben, jemand, der nicht nur technisch gut ist oder ein großer Cellostar ist, sondern auch versteht, wie du als Mensch und Musiker funktionierst. Ein Lehrer, der dich motiviert, dich fordert, aber auch deine Grenzen erkennt. Diese Verbindung ist unbezahlbar und wird dein Cellospiel auf ein anderes Level heben. Das Cellolernen ist ein Prozess. Es geht nicht darum, perfekt zu spielen. Es geht darum, die Musik zu erleben, den Moment zu genießen und stolz auf die Fortschritte zu sein. Mein letzter und vielleicht wichtigster Tipp, spiele aus Überzeugung. Das Cellospiel sollte nicht von Perfektionismus getrieben sein, sondern von deinem Herzen. Musik hat die Kraft, Menschen zu berühren und das ist letztendlich das Wichtigste. Wenn du spielst, mache es aus reiner Überzeugung, dass du damit nicht nur dich selbst, sondern auch andere glücklich machst. Vergiss den Druck, dass du alles perfekt machen musst. Es geht darum, dein Innerstes auszudrücken, die Musik in dich hineinzulassen und sie mit der Welt zu teilen. Geh raus und spiele mit anderen, sei in Gruppen aktiv, genieße die Musik und das gemeinsame Spiel. Für mich ist das Cello nicht nur ein Instrument. Es ist meine Lebensaufgabe, meine Art, mich auszudrücken und in Verbindung zu treten mit mir selbst und mit den anderen. Glaube an dich und vertraue darauf, dass dein Spiel Menschen berührt, so wie es dich berührt. Das waren meine wichtigsten Tipps aus 15 Jahren Cello-Erfahrung. Ich hoffe, sie helfen dir auf deiner eigenen Cello-Reise. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.